Die DHV News vom Freitag den 13. August 2021. Junge Union Augsburg-Bock für Legalisierung. Landgericht Berlin will Verfahren wegen CBD-Blüten nicht eröffnen. Herzlich Willkommen bei den DHV News. Ich habe nur zwei Themen heute, die mir beide Spaß gemacht haben und einige Vorbemerkungen. Die erste davon für die ersten Zuschauer hier. Morgen ist Hanfparade. Morgen nach Release dieses Videos. Samstag, den 14. August in Berlin. Ihr findet das alles auf hanfparade.de und die große Demo live für Legalisierung, nicht nur online, ist jetzt wieder am Start. Und wenn ihr da Lust habt hinzukommen, dann macht das doch noch. Vielleicht kurz Entschlossene, die es nicht zu weit haben, sich ins Auto schwingen oder in die Bahn schwingen. Ihr habt natürlich auch Verständnis dafür, wenn jetzt einige von euch noch nicht ganz so auf Menschenmassen stehen, vielleicht weil sie zum Beispiel noch keinen vollen Impfschutz haben. Ja, ich zum Beispiel gehöre auch dazu. Ich habe erst in zwei Wochen den zweiten Schuss. Aber es ist auch Maskenpflicht und so weiter. Abstand halten angesagt. Es gibt da Hygienekonzept und so. Könnt ihr euch mal angucken. Ich gehe davon aus, dass die Parade nicht so groß wird wie sonst. Ja, aus diesem Grund einfach, weil da viele sicher noch skeptisch sind. Aber ich denke, es ist immerhin draußen. Ja, kann man wagen und mich auch da treffen. Wir haben Infostand. Kommt vorbei. Auch wenn ich da nur mit Maske stehe. Ja, verstehen kann man sich trotzdem hoffentlich. Ja, wunderbar. Demonstrationen für die Legalisierung endlich mal wieder auf die Straße. Dann noch ein wichtiger Hinweis für alle, die DHV-News suchten. Nächste Woche gibt es keine DHV-News hier an der Stelle, sondern stattdessen eine Diskussionsrunde mit vier Politikern, den vier drogenpolitischen Sprechern im Bundestag. Der Grünen, Kirsten Kappert-Gonther, SPD, Dirk Heidenblut, FDP, Wieland Schinnenburg und Linke, Nima, Movassat. Mit allen vier haben wir übrigens auch noch Einzelinterviews in der Pipeline. Die werden jetzt gerade nach und nach produziert und kommen vor der Wahl noch. Also da machen wir jetzt demnächst hier Vorlustprogramm, Vorbereitung auf die Bundestagswahl. Die Phase wird immer heißer. Die Plakate hängen jetzt langsam und so. Jetzt geht's los. Für die CDU habe ich übrigens auch angefragt Erwin Rüddel, den Vorsitzenden des Gesundheitsausschusses im Bundestag. Der hat sich ja mehrfach jetzt schon für Cannabis-Modellprojekte ausgesprochen zur Cannabis-Abgabe in den Kommunen, dass sie das dürfen. Ich habe bis jetzt keine Antwort erhalten. Ja, vielleicht kommt die noch. Vielleicht können wir die noch liefern. Ansonsten sind es eben die mehr oder weniger cannabisfreundlichen Legalize-Parteien im Bundestag, die hier bei uns im Kanal auftreten und mittlerweile eben auch zu vielen um eure Stimmen buhlen. Da könnt ihr also gespannt sein, wer da den besten Auftritt gemacht hat. Also die Diskussionsrunde 20.08.freitags und die nächsten DHV-News regulär sind dann am 27. August freitags hier wieder am Start. Letzter kleiner Hinweis. Georg M. Puhl Teil 2 ist da auf Widow TV. Link in der Videobeschreibung. Ja, wer da Spaß dran hatte an der ersten Ausgabe, kann sich den Rest auch noch reinziehen. Ist jedenfalls jetzt vorhanden. So, und jetzt zum ersten Thema, mit dem ich Spaß hatte. Es gibt mal wieder Bewegung in der Jungen Union. Und wieder mal hat ein Bezirksverband der relativ jungen Anhänger der CDU und in dem Fall CSU die Legalisierung von Cannabis als Genussmittel beschlossen. Und es geht diesmal um den Bezirksverband der Jungen Union Augsburg-BOK. BOK steht, ist die Abkürzung für die Stadtteile Bärenkeller, Oberhausen und Kriegshaber. Das können wir gleich wieder vergessen, nur damit ihr wisst ja, dass da was Ernsthaftes dahintersteckt hinter dem Bock. Dieser Bezirksverband hat auf jeden Fall beschlossen, dass Cannabis als Genussmittel legalisiert werden soll. Die Debatte müsse, Zitat, endlich frei von Ideologie und Vorurteilen auf der Basis von Fakten geführt werden. Und hier seht ihr jetzt ein Bild von der Mitgliederversammlung dieses Bezirksverbands, das uns der Verband zur Verfügung gestellt hat. Von dieser beschließenden Versammlung muss lustig gewesen sein da. Jedenfalls, es gab schon ein paar Mal sowas innerhalb dieser christlichen Repressionsparteien CDU und CSU. Trotzdem ist das immer noch eine kleine Revolution. Kommt jetzt nicht jeden Tag vor, dass in der CDU oder CSU irgendwer Legalisierung fordert. Und vor allen Dingen hat das Ganze eine coole Vorgeschichte, die ich euch unbedingt erzählen will hier. Die beginnt nämlich damit, dass der Sprecher des Bezirksverbandes Augsburg-Bock, Christopher Andersen, ein Bild auf Twitter gepostet hat. Und das zeigen wir euch jetzt mal, dieses Bild von Twitter. Darauf posiert er mit einem Bollerwagen voll Bier und mit einem Trichter um den Hals zum Bier trinken vor seiner letzten Abiturprüfung. Und dieses Bild hat unsere Drogenbeauftragte Daniela Ludwig geliked. Ich weiß nicht, ob sie nicht gesehen hat, dass da vor allen Dingen Bier in dem Wagen war. Ob sie nicht verstanden hat, wofür der Trichter dann da ist, wenn junge Leute mit einem Bollerwagen voll Bier durch die Gegend fahren. Ob sie nicht gesehen hat, den Text dabei, dass das Bild vor der Abiturprüfung entstanden ist und nicht danach zum Feiern. Jedenfalls hat ihr Like verständlicherweise einen riesen Shitstorm ausgelöst in den sozialen Medien. Schließlich zeigt dieselbe Drogenbeauftragte ja null Toleranz gegenüber Cannabiskonsumenten. Und sie hätte mit Sicherheit dieses Bild nicht geliked, wenn da jetzt der Kollege irgendwie mit einer Bon und Cannabis irgendwie posiert hätte. Und dann gab es eine amüsante Glosse in der Süddeutschen, ja sehr lesenswert. Titel, ein Like fürs Sauffoto. Und dann im Teaser, die Drogenbeauftragte der Bundesregierung freut sich mit einem Abiturienten über dessen Rauscheabenteuer. Doch wenn Cannabis kein Brokkoli ist, ist Bier auch kein Apfelsaft. Das mit dem Brokkoli kennt ihr ja, Kultspruch von Daniela Ludwig. Das wird ihr forever anhängen. Und Bier ist kein Apfelsaft, das hat die Autorin der Süddeutschen übrigens von uns. Wir haben nämlich letztes Jahr im Rahmen unserer Kampagne um Cannabis-Fakten.de entsprechende Großplakate geordert. Die gab es also in einigen Städten in Deutschland zu sehen. Letztes Jahr, Bier ist kein Apfelsaft. Und Frau Ludwig entschuldigt sich nicht etwa, nachdem sie dann irgendwie gemerkt hat, dass das ein Versehen war oder so. Ja, weil irgendwie sie hat nicht gesehen, da war Bier drin oder so. Sie verteidigt ihr Like auch noch. Hier in Antwort auf Nima Mofasat. Also die Drogenbeauftragte zeigt keinerlei Problembewusstsein, dass sie ein Komasaufbild von Abiprüfung liked. Das ist bei ihrer Vorbildfunktion, die sie eigentlich auch hat. Und ja, die Story ist ja zwei Monate her ungefähr. Die wäre es alleine schon würdig gewesen, in die DRV-News zu kommen. Ging nicht, weil in der Ausgabe musste ich mich dann erstmal darüber aufregen, wie das Wahlprogramm von CDU und CSU zustande gekommen ist. Und ist auch gut so, denn die Geschichte war eben noch nicht zu Ende. Denn dieser CSU-Chris auf dem Bild, auf dem Skandalbild, ist schon lange für die Legalisierung, auch wenn er selber mit Cannabis gar nicht viel zu tun hat, ja, meint er, ja, Legalisierung macht Sinn. Und dieses ganze Theater um sein Bild hat er jetzt zum Anlass genommen, um das Thema in seinem Bezirksverband zu diskutieren. Mit dem Ergebnis, Beschluss für Legalisierung von Cannabis, und zwar einstimmig, ja, keine Gegenstimme, alle waren dafür. Ich weiß jetzt übrigens, ein paar Zuschauer werden jetzt sagen, so, wir machen hier Werbung für die CSU, machen Wahlkampf, und das ist dann nur ein hohles Wahlversprechen, und danach machen sie es ja sowieso nicht und so, ja. Also, garantiert kommen die, selbst obwohl ich das jetzt sage, werden diese Kommentare kommen. Und das ist doppelt falsch, ja. Also, erstens ist ja gar kein Versprechen der CSU, sondern widerspricht dem Programm der CSU. Und zweitens machen wir sicher keine Werbung für die CDU oder CSU, ja. Jeder, der hier regelmäßig zuschaut, weiß, diese Schwesterparteien sind unser Problem, nicht die Lösung. Ja, die sind dafür verantwortlich, dass Cannabis immer noch genauso hart bestraft wird wie eh und je. Und gerade deshalb ist es umso wichtiger und umso mutiger, dass es solche Leute gibt, die da vorangehen, anfangen, die Debatte zu führen, in die Partei reinzurufen, lasst uns legalisieren, lasst endlich mal faktenbasierte Politik machen und so. Also, das ist für Grüne zum Beispiel sicherlich wesentlich einfacher, in der CSU ein steiniger Weg, kann man mal schwer von ausgehen. Also, gehen Dank raus an alle, die sich innerhalb ihrer Parteien für die Rechte von Handfreunden einsetzen und kämpfen. Und genau darum geht es dem Kreisverband auch. Also, in der Pressemitteilung heißt ganz konkret, mit dieser Positionierung will der Ortsvorstand ein Zeichen innerhalb der eigenen Partei setzen, dass diese Debatte längst in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen ist. Und weiter unten, die Sicherheit der Gesellschaft und des Individuums gehören auch zu den Kernanliegen der Union. Nur schade, dass unsere Partei die Chancen für diese Ziele in dieser Debatte leider noch nicht erkannt hat, sagt Andersen. CSU-Chris Also, wirklich ein lauter Ruf in die Partei rein. Und dann gibt es noch einige andere JU-Verbände, die sowas beschlossen haben, mittlerweile schon. Zum Beispiel die Junge Union Stuttgart oder die Junge Union Osnabrück. Oder auch die Schülerunion, ja, das ist der Verband für die wirklich jungen Anhänger der Union. Oder auch der Brandenburger CDU-Abgeordnete Julian Brüning. Der kommt ebenfalls aus der Jungen Union. Und jetzt eben auch der Bezirksverband Augsburg-Bock ist dazu gekommen. Ja, vielleicht hätte Daniela Ludwig dieses Bild doch besser nicht liken sollen. Denn das hat den jungen Mann dazu veranlasst, diesen Beschluss zu fällen. Schiefgegangen, die Aktion von Frau Ludwig in jeder Hinsicht. Und, kennst du das auch? Du bekommst immer wieder schlechtes Gras, gar kein Gras oder sogar gestrecktes? Bei einer Legalisierung könntest du jetzt in ein schönes Geschäft gehen, dich beraten lassen und dir eine Sorte aussuchen. Oder gleich im Garten selbst anbauen. Quasi Bio. Du hast den Schwarzmarkt und die Probleme satt? Und willst endlich legales Gras? Wir kämpfen dafür und brauchen dich. Hilf jetzt mit deiner Spende oder Mitgliedschaft und mach mit uns Legalisierung möglich. Für nur 5 Euro pro Monat. Schluss mit Krimi. Cannabis normal. Einfach online anmelden unter www.handverband.de slash unterstützen. Link in der Infobox. Und damit komme ich zu meinem zweiten Thema, was ebenso interessant ist. Einigermaßen spektakulär, wie ich finde. Erstaunliche Entscheidung des Landgerichts Berlin. Da geht es um die Anklage der Staatsanwaltschaft gegen die Berliner Firma Bunte Blüte. Diese Firma betreibt einen Großhandel mit THC-armen CBD-Nutzhanfblüten. Also die keinen Rausch hervorrufen. Ja, Nutzhanfblüten. Nutzhanf ist ja auch erlaubt in Deutschland. Ihr kennt die ganze Debatte wahrscheinlich, die meisten von euch. Und vor kurzem hat erst der Bundesgerichtshof im März noch einem Gutachter geglaubt, der gesagt hat, dass man sich mit solchen Blüten sehr wohl berauschen kann, wenn man eine ziemlich große Menge davon auf eine bestimmte Art in Backwaren verarbeitet. Das war Blödsinn, ja. Aber mit dieser Vorgabe ist der Missbrauch zu Rauschzwecken offiziell juristisch eben nicht ausgeschlossen. Und damit sind die Blüten illegal. Ja, also eigentlich, so interpretiere ich persönlich das Urteil des Bundesgerichtshofs. Und das Katz-und-Maus-Spiel ging dann entsprechend weiter in den letzten Monaten. Jeder ständig macht irgendwo ein neuer Laden auf, der die Blüten verkauft. Und ständig gibt es wieder Razzien der Polizei und Beschlagnahmen von Ware und neue Prozesse und so weiter. Und im Fall der bunten Blüte geht es schon seit Jahren so. Das war hier in Berlin, waren die Ersten, die in großem Stil auch Spätis versorgt haben und so. Wirklich eine ganze Reihe, über 100 Läden haben die, glaube ich, da beliefert, als der erste Artikel in der Zeitung kam über Beschlagnahmungen in Spätis. Und das sollte jetzt endlich soweit sein, dass das Verfahren eröffnet wird. So hat sich die Staatsanwaltschaft das vorgestellt. Den Betreibern wurde bannmäßiger Rauschgifthandel vorgeworfen. Er drohte fünf Jahre Haft dafür. Was macht das Berliner Landgericht? Er lehnt einfach ab, das Hauptverfahren zu eröffnen. Einfach nur, mach mal nicht. Die werden nicht angeklagt. Die Richter verweisen auf die riesige Menge, die man da braucht. In solchen speziellen Zubereitungen irgendwie, das wäre alles Blödsinn. Da haben sie auch recht, ja, macht ja kein Mensch, wer einen Rausch haben will. Er kauft halt normales Marihuana und nicht irgendwie für hunderte von Euros da irgendwelche Blüten, wo kaum THC drin ist. Und das Portal Business Insider bringt ja noch folgendes Zitat, muss ich jetzt unbedingt auch noch bringen. Am Schluss der Stellungnahme haben die Richter noch ein paar deutliche Worte in Richtung Staatsanwaltschaft. Nicht nur würde eine Legalisierung des Cannabiskonsums sogar vom Berliner Justizsenator befürwortet. Man halte außerdem eine zusätzliche Kriminalisierung von CBD-Produkten für fragwürdig, so die Richter. Ähnlich wie manche Leute Alkoholfreies statt normalem Bier trinken würden, konsumierten viele Nutzer eben CBD-Grass, um so bewusst auf einen Rausch zu verzichten. Ja, vollkommen richtig, ja, ich glaube tatsächlich, dass das für einen Teil der Verbraucher und Konsumenten von CBD-Blüten genau das Argument ist, ja, dass sie eben Rausch vermeiden wollen, die gerne Gras rauchen wegen Duft, Geschmack und so weiter, aber dann erst eher mal abends dann mit THC anfangen und tagsüber dann halt nüchterner sind, wenn sie Zugang zu CBD-Grass haben. Naja, vielleicht noch ein bisschen nikotinabhängig dabei, die dann Tabak damit reinmischen oder so. Wie auch immer, ich bezweifle auf jeden Fall, dass dieser Beschluss Bestand haben wird. Die Staatsanwaltschaft hat schon Beschwerde eingelegt dagegen. Aber wenn es doch dabei bleibt, ja, wenn es sich das Landgericht Berlin damit durchsetzt, dann würde ich sagen, dann ist das praktisch die endgültige Legalisierung von CBD-Blüten. Also spektakuläre Sache. Jetzt noch ein Haufen Termine. Hanfparade in Berlin, Samstag, 14. August. Wie gesagt, ja, für Kurzentschlossene, flott noch die Sachen packen, die Maske einpacken und loslegen, was zu trinken mitnehmen. Und das Gleiche für die nächsten beiden Termine noch zwei Demos, und zwar in Mannheim, auch am 14. August. Da gibt es beim CSD einen Hanfblock. Und in Göttingen gibt es auch eine Hanfparade, wieder eine Demonstration für die Legalisierung von Die Partei, ebenfalls Samstag, 14. August. So, und jetzt Ortsgruppentreffen am 15. August, Online-Treffen, Ortsgruppe Oldenburg, 17. August. Treffen der Ortsgruppe in Braunschweig. Trefft sich die Ortsgruppe am Mittwoch, 18. August. Freitag, 20. August gibt es einen Infostand der Ortsgruppe in Oldenburg. Und danach, am 22. August, treffen sich die Oldenburger online. Am 24. nochmal Treffen der Ortsgruppe in Hamburg, ohne Klönschnack diesmal, ja. Und dann nochmal ein Hanftisch des Hanfverbands Rhein-Neckar, Online, Dienstag, 24. August. Und zum Schluss, ein bisschen weiter vorgegriffen als sonst, weil nächste Woche gibt es keine News, ja, schön daran erinnern. Und weil es ein wichtiger Termin ist, die ICBC in Berlin, Donnerstag, 26. August bis Freitag, 27. August. Indoor mit vielen Leuten, wieder der Corona-Hinweis, ja. Ihr wisst Bescheid, ja, müsst euch selber eine Meinung bilden, ob ihr das für sinnvoll haltet oder nicht. Auf jeden Fall, wenn ihr interessiert seid an Investitionen in Cannabis, wenn ihr selber Business macht mit Cannabis oder es machen wollt, dann ist die ICBC die Veranstaltung für euch. Ich werde da an dem Freitag auch nachmittags im Programm dabei sein, in einem Panel für Lobbyismus, für Legalisierung und so. Und eine Maske mitnehmen, ja, auch an dem Fall. Und das war's für heute. Liked dieses Video, abonniert den Kanal, drückt das Herz und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen grusamen Abend. Wir sehen uns in zwei Wochen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.